Hast du die Augen gesehen? Er hat gar nicht gezögert. Er hat nicht gezuckt, nicht gezögert. Boah, der ist auch schon vorbereitet, ja. Was hast du jetzt herausfinden können mit dem Test? Also, was ich hier gemacht habe, nur angedeutet, dass und die vielen Fragen Sprache ändern. Ich habe nur seinen Kopf erst überfordert, weil dann einer, der lügt, das kommt dann heraus, wenn ich sage, ja, Lieblingsfarbe, welche Sprache? Ja, Farsi, Salam, und dann frag ich auf Deutsch und dann kommt manchmal. Wie viele Sprachen sprichst du eigentlich? Es gibt schon ein paar, die ich nicht sprechen kann. Na jetzt ernsthaft, wie viel sprichst du? Nahim, Bro, das sage ich nicht, weil dann kommen die Leute, die holen mich, wieder in Underground, so Labor, um weiter zu testen, das macht keinen Spaß. Ja, mittlerweile denke ich, er ist wirklich von Yakuza, ne?